Hallihallo hier Leute. Heute gibt's mal ne, naja sagen wir mal, andere Version. Also, das da. Es nennt sich Karl. Es gibt nur vom 1. bis zum 3. April dieses Ding und es ist nicht im deutschen Forschungsbaum vorhanden. Das Teil ist absolut genial, lustig. 1500 Live. So, das war der PS und Standard Schaden von 225 bis 375. Viele denken sich jetzt zu uns jetzt, äh, was? Hä? Normaler Panzer? Schön. Und dann das da, riesig und 8-Bit-Tale. Also, wer irgendeine Ahnung davon hat, von 8-Bit-Tales, ne, kann man ja auch einfach mal auf die Typ eingeben. Also, die 8-Bit-Tales sind halt diese 8-Bit-Grafik, lustige Geschichten. Und dazu hat man, oh, Gaming jetzt sowas gemacht. Und ich hab auch schon mal eine Medaille bekommen, wo ist sie da? Operation Nostalgie. Gewinner ein Gefecht mit... Gefecht gegen den Mörser Karl. Weil alle Mitglieder des Gewinnerteams verliehen, es dürfen keine Verbündeten zerstört werden. Einmalig für alle Gefechte im Zeitraum April 1 bis 3, 2014 verliehen. Joach. Fange ich mal an mit dem 8-Bit-Panzer. Das... Ey, das ist so geil. Es gibt nur eine Karte. Diesen Fazer kann man nur bis zum 3. April spielen. Das ist so geil. Und ich meine, wer kommt auf diese kranke Idee, das zu machen? Oh, dass wir nur reinkommen, das dauert ein bisschen. Aber es ist wirklich lustig. Es ist wirklich verdammt lustig. Auf die Idee muss man erst mal kommen. Frag mich, was das Ding einbringt. So von und mit, ne? Oh Gott, das dauert ja echt Ewigkeiten. Ach, was gefunden. Ja, ihr seht's ja schon. Geilste Grafik. Hat alles 8-Bit. Und 2 Sekunden nachherzeit bei einem Standard-Schaden von unglaublichen 200 noch was. Weil's cool ist. Ich weiß, es bestimmt war man hier. Guck mal. Gebüsch. Das ist so geil. Oh. Ey. Karl hat mir ein Live gezogen. Böse Karl, böse. Was macht der denn da? Na ja, unter was abschießen bringt nichts. Schade. Ja. Wie ihr seht, es ist eine Artillerie. Nein, da ist ein Karl. Er hat mich nicht bemerkt. Also wie ihr inzwischen bemerkt haben solltet, ist das absolut nur ein Scherz. Oh nein, Karl. Jetzt ist Karl auch tot. Oh nein, Karl. Du bist tot. Also, kurzum ist es scheißen lustig. Und jetzt mach ich noch ein vernünftiges Gefecht. Oh Gott, nein. Letzte Woche war das ja auch nicht so schön. Das war ja nur so ein schnell zusammengewürztener Scheiß. Und dafür nehm ich meinen neuen Panzer. Den T29. Ach, Ladensutzerfläche. Das heißt, wir haben ein Match gefunden. Das ging dann doch etwas schneller. Ja, wie ihr sehen könnt halt, ich habe ihn seit gestern. Dementsprechend habe ich den schlechten Turm, das in sechs Top, nein, nicht mal Top-Geschütz. Ja, es ist ein bisschen kacke. Aber die Panzerfläche ist doch recht ansprechend. Nur die Bewegungsfreiheit. Also, kurzum ich will Top-Modell erforschen. Gott, dauert das lange. Die Turm-Drehung ist auch nicht gerade schnell. Oh, bin ich über das durchgefahren? Ein Tiger 1. Also, wenn der Panzer voll aufgerüstet ist, ist das ein ernsthafter Gegner. Aber so mit dieser Gumbel-Kanon ist das kein ernsthafter Gegner. Definitiv nicht. Vielleicht sollte ich erst das bessere Geschütz erforschen und dann die Ketten. Das wäre doch sinnvoll. Sinnvoll. Ja, ja, das mache ich. Ja, ja, das tue ich. Wenn die Vorderung mal drauf kommen kann. Wie ist das denn? Es hält der Ding fast an. Verstanden. Nein. Mach du mal da, ich fahre, du mal hier. Oh, T29. Das einzige Gute, wenn der Kandone ist, sie lädt schnell nach und macht immer ein bisschen Schaden. Haha. Naja. Wie gesagt, ein bisschen. Ich habe eine Kette verloren. Und dann kam der Tiger. Hilfe. Das, also, ja, ich glaube, ich sollte wirklich das Steuergeschütz erforschen, bevor ich die Ketten erforsche. Autsch. Nicht gut. M12. Tiger 1. Tiger 1. B. B. Ach, noch ein T29. Aber der hat nicht mehr die Mini-Hirn drauf, glaube ich. Seht, wenn er schießt. Aber er hat einen besseren Motorraden. Er hat einen besseren Motorraden. Er hat einen besseren Motorraden. Und, aber er hat eine Hörige. Er hat einen besseren Motorraden. Aber er hat einen besseren Motorraden. mit Karl. Oh man, dafür kriegt man gar nix. Na ja, Erfahrungspunkte noch Geld. Das bringt gar nix. Naja, man sieht sich beim nächsten Mal.